so und willkommen zu einer folge zusammen mit dem herz allerliebsten johnny wir haben gedacht wir spielen heute mal seelen sammeln wir haben hier gar nichts gedacht okay ich habe gedacht ich habe senna gespielt einmal im aram johnny wie sieht es mit dem fresh aus ich habe tatsächlich witzigerweise in meinem place of the season season 5 oder so ja damit war ich reddit frontpage und da ist ein first play drin ist wie sick so mokena schießt von über der wandten snare ich zeit den schmeißt mein hook hinterher und käse damit was die superlober ohne vision auf sie zu haben richtig cool und die story dahinter ist dass ich in der solo queue war und wir warten bis ja wir hätten lieber die jinks da ja ich dachte halt wir nehmen was kommt na ja ja so kennt man dich na ja ich dachte so frech ihr schubst ihn jetzt mal nicht zu mir was machst du oder raus doch okay ja das war auch so ja ich hab ihn ein bisschen aggressiver als man das vielleicht gewohnt ist aber die story hinter diesem flashplay ist tatsächlich dass in der sudoku einer nicht gespuppt hatte also ich hatte für den gepickt fresh und der hat für mich und dann ist der afk gegangen und da stand ich da halt mit thrash übrigens freunde johnny farm in der lane hier gerade nicht weil er das unbedingt will doch nicht nur weil er das unbedingt will lass ich dir mal das ist aber sehr nett fand ich wie sieht es denn aus mit dem farben ja das ist so sache ist okay oh die ist aber auch du ah wo ist sie denn ich seh nix ich bin sehr blind okay er kommst du raus ich habe ja klar tasten gedrückt das war ja ich habe überhaupt da war doch vorher noch ein kill ja oder wenn du den kriegst ja dann das hat geklärt also wir sind eine komplette legend wieso funktioniert das mit uns beiden in der normale lane spielen die meter ist ist das wirklich meter fresh und und also senna plus x ist auf jeden fall meter aber ich dachte irgendwas tankigeres wäre so meter ja ich glaube man würde das nie mit mit ach scheiße das habe ich andersrum gespielt stell dir dein wort rein kannst du auto attacken du kannst du killen glaube ich du hast ult ne ja hab ich du bist einfach bleib einfach da ich glaube das krieg ich hin nein okay nevermind ah jo äh jolly hast du gerade mal sorry ich hab ich hab grad äh ne mach lauf lieber ist nicht so gut hübsch 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 okay warum ist er denn rüber geflasht der ärmste das hätte er gar nicht machen müssen oh schöner flash von dir ich weiß gar nicht was er tut let's go ja aber kann er ja keinen schaden hat er denn an items naja noch nicht so viel na gut ja aber eigentlich macht der der mensch der der sollte er ne jetzt zündet er ulti hat er den nicht gehabt der arme ei 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 pass auf der pike ist ein stinker oh ich wollte eigentlich ich weiß nicht wen ich da gebetet habe ich bin mir nicht ganz sicher ja war schon gut ja ja nein 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 how to int was machst du denn ich brauch die noch hier unten auf der bot lane lass mich nicht allein bitte ich fühle mich sehr allein gelassen hörst du auf da rein zu inten komm zurück komm zurück ich würde ja ich würde ja june und ich leiden auch eine menge an missverständnissen ich komm wieder runter ja bitte also es lief vorhin besser als jetzt oh ja da haben wir ihn kannst du draufklicken ne ja will ich gar nicht au 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 ich hätte draufklicken sollen schuldigung ne chance was machst du da ja ich versuche die zu killen ja aber da kommen jetzt noch mehr kommt das so ein drache ich habe hier 8 ses vielleicht kill potential Ich val ih hier viel zeit raus ich sag wie es ist ahou au 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 colours laufen aber ich habe sehr viel gut bekommen das ist die positive nachricht des tages ja super es ist mit dir auf mann wir haben ja schon wieder dieses drachentier was haben wir denn der drache ist hier irgendwo wir können sie waren auch gehen wenn sie sich töten lässt ja gerne hier nimm die laterne diesmal habe ich auch ulti hey 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 ich kann mir nicht ich kann mir nicht rauf gehen ich stehe ja zwei sechs ich bin ja ein richtiger inter was hier das nahe bot willy edgar hör auf zu flamen wo wir erst ab hier na gut das ist kein flamen damit kann ich leben oh ein lief das ist das ist erpressung ich verhandle dich mit terroristen ich bin normalerweise sehr US amerikanisch kritisch aber das ist sehr humorvoll er ist banschies gegangen warum hat er denn banschies genommen und er geht banschies wollen wir darüber reden das ist sehr humorvoll ja also ich meine okay was du möchtest dann wärst du nicht generell dass das eine gute seite muss schwierig dann haben wir einfach noch ein graves gut den habe ich nicht gesehen aber jetzt kommt mordekaiser und du hast ihn vorgeschossen das ist ein schönes tor schönes ich habe es nicht mal gesehen wie konnte ich dann da kein treffen aber noch alle was macht er denn jetzt da die seelen beschaffen dankeschön ja es ist sehr schön das ist aber sehr willig ja das ist doch klasse ich erreiche bald meinen powerspike mit 60 seelen ich wollte nur noch mal kurz anmerken ja sehr gut das ist doch klasse ich erreiche bald meinen powerspike mit thrush ich weiß noch nicht was das für einer ist aber okay sie ist sehr mad wollte ich kurz erwähnt haben wir bräuchten auf der toplane hilfe ja das ist ein job für mordeca sein nur der hat das perfekte item bett gegen schien gebaut bau dir noch ein bisschen du ui 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 das ist schade was das ist banschies da nicht reicht guck mal ich bin da ich bin online das ist halt das ding so du kannst du spielst einfach senna und irgendwann machst du aus versehen per attack move in die enemy base geht's die ich habe euch da mal geultet der mordekaiser ist aber auch drinnen der ist auf jeden fall der IQ ist einstellig das ist schon selber ein also ich mag seine beleidigung sehr muss ich gestehen ja ich versuche ich habe sie klingen immer also im ersten moment klingen sie gar nicht so schlimm aber wenn du dann einmal so kurz das gehirn einschaltest und das auf der zunge zergehen lässt was du da gerade ausgesprochen hast ja ich versuche ja mittlerweile politisch korrekt zu beleidigen ach so das ist gar nicht so einfach ja schon also kot nascher ist zum beispiel einer meiner neuen lieblinge ja cool das funktioniert auch die sind beim naschen ja da können wir nicht so viel tun eigentlich die Herrschaften da oben können wir killen geh nochmal ganz aggressiv geh da ganz aggressiv ich bin super aggressiv dran du so weiter 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 ich wollte dich nur kurz abholen chasen chasen ich wie gesagt wollte ich nur kurz abholen chasen 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 oh mein gott sie wird uns töten ähm gedeutscht ähm also ich war motiviert das möchte ich mal kurz anmerken warte 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 psst ja ok das ist ja voll neu ja also ich lebe in sieben Sekunden oh ja doch oh sehr gut ach ich glaube wenn du da einfach Autotext das reicht nicht meinst du ich hab mehr Autotext schon ich weiß es nicht ehrlich gesagt ist es glaube ich so oder so einfach Omega lost was Omega lost hier den Lantern ne ok vielleicht dann morgen da hier ja jetzt müssen wir jetzt müssen wir jetzt musste jetzt also ich hab's gefühlt aber ich würde sagen die Seele die aufgesammelt wurde war unsere ich muss sagen mein Flash ist nicht so clean wie ich gerne hätte also meine Senna ist auch weit entfernt von clean aber ich muss sagen es war trotzdem lustig und ich finde du hast richtig viel Damage gemacht 15.600 mehr als Mordecaiser und Rengar ernsthaft ja ich hab wirklich nichts gemacht ich glaube das klappt und in einem Team wo Willy Edgar in Banshees baut brauchst du dich gar nicht verstecken also lieber Mordecaiser falls du durch irgendeinen seltsamen Zufall dieses Video sehen solltest wir haben dich lieb wir haben dich sehr lieb aber Banshees ist nicht die Wahl gegen ein Full 80 Team nur so als kleine Randbemerkung aber ich meine das hat uns das Spiel auch nicht verloren ne sondern eher dieser absolut besoffene Frechner mein Gott mein Gott der hat ja auch erste Minute 4 angefangen Seelen zu sammeln ja eben ne ich mein wie soll da dann was wären schwierig das geht auch gar nicht und die Senna hat einfach gefarmt obwohl sie Seelen hätte sammeln sollen man 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 das ist auch eine Frechheit sehr frech aber das war's schon wieder mit dem Video es ging heute schon wieder schnell vorbei hopp wieder hopp schaut auf jeden Fall bei Jonny vorbei der hat immer viele lustige Videos im Moment sehr viele ohne mich aber das ist schon okay damit komm ich klar wow ey ich mach halt nur noch 5-6 Videos pro Monat das ist okay aber schaut da auf jeden Fall vorbei streamt auch regelmäßig aktuell auf Twitch und auch da könnt ihr mal vorbei schnuppern ist alles unten in der Infobox und damit war's das auch schon wieder Tschüss Tschüssi